Hallo, hier ist Ronja und wir gucken heute den versprochenen zweiten Teil von Ich habe einen Baum geheiratet, ja? Falls ihr den ersten Teil nicht geguckt habt, kurzes Recap. Die Oma hat super viel Geld, sie hat der Enkelin in ein Ultimatum gestellt und war so, du musst in der Woche verheiratet sein, sonst kriegst du dein Erbe nicht, ja? Mit 20 haben sonst die Kinder immer irrsinnige Summen an Geld gekriegt. Deswegen, sie hat scheinbar keine Typen gefunden und hat deswegen den Baum geheiratet, den sie im Supermarkt gefunden hat und hat ihn Lemony getauft, ja? Das ist ein kleiner Zitronenbaum. Ähm, jetzt ist ein Spezialagent hinter ihr her und möchte diesen Baum oder möchte quasi gucken, ob sie betrogen hat oder ob sie und der Baum tatsächlich ein glückliches Pärchen sind. Und damit haben wir aufgehört und damit machen wir weiter, ja? Ich brachte ihn überall hin mit. Sie brachte ihn überall hin. Die ganze Zeit konnte ich das schwarze kleine Auto sehen, das mir folgte. Ich ging sogar in einen Pflanzenladen, um ausgefallenen, exotischen Dünger für die Pflanzen... Sag mal, könnt ihr bitte anfangen, euch an die Verkehrsregeln zu halten? Jungs, das sind Einbahnstraßen. Malt doch die Pfeile nicht da drauf, wenn ihr euch eh nicht dran haltet. Vielleicht etwas Mist kaufen würde, würden sie nicht sehen, dass ich voll davon bin. Es schien wirklich zu funktionieren. Offensichtlich hielten mich alle in der Stadt für verrückt, aber zumindest könnte ich meine Millionen behalten. Ja, ich meine... Das sagte ich mir, bis die Autos immer öfter vorbeikamen. Mir wurde klar, dass ich nicht so leben konnte. Ich meine, ich konnte nicht mehr zum Supermarkt laufen, ohne verfolgt zu werden. Warum sind denn da so viele Autos dabei? Ich dachte, das ist nur eine Woche lang. Also im ersten Teil, falls ihr den übrigens nicht gesehen habt, ist der hier oben verlinkt. Im ersten Teil wurde gesagt, ja, du hast eine Woche Zeit. Das heißt, die verfolgen sie jetzt ja eine Woche und dann überprüfen sie. Stimmt das, stimmt das nicht. Du musst nicht dein ganzes Leben so leben. Du kannst dich ja auch von Lemony scheiden lassen. Du inszenierst einen Streit. Ja, ich stelle euch in die Öffentlichkeit. Ja, hier ist Lemony, hier bin ich. Und du bist da so... Lemony, ich hätte nie gedacht, dass du mir das antun würdest. Wie kannst du nur? Mitten im Kirschbaum. Ja, und ich wusste nicht, dass ihr beiden verliebt seid. Oder weißt du, irgend sowas. Und dann sagst du, Lemony, du hast mein Vertrauen, das braucht... Ich muss... Ich kann das nicht länger. Ich muss mich scheiden lassen. Und dann sind die Autos so... Ah, okay, fair enough. Und dann kannst du ein glückliches Leben führen. Ja, das ist ein kleiner Pro-Tipp von mir. Entschied ich mich, dass ich dir mein Ende setzen musste. Ich musste alle dazu bringen, mich für verrückt zu halten. Ich musste beweisen, dass meine... Nein, 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 ganz piano erstmal, meine Liebe. Ist das wirklich der einzige Weg? Echt wahr. Also tat ich das Undenkbare. Ich hatte eine richtige Hochzeit. Der beste Tag meines Lebens. Als ich den Gang entlang ging, spürte ich hunderte von Augen auf mir. Ja, das ist richtig. Du musst ja nicht so viele Leute zu deiner Hochzeit reinladen müssen da los. Feier doch wenigstens eine private Hochzeit im kleinen Kreise, ja? Mit den engsten Freunden und Verwandten. In der ersten Reihe meine Großmutter und der Rest meiner Familie, die mich mit Abscheu ansah. Aber wer war noch da? Als habe ich mich nicht schon genug von mir selbst angewidert. Wer war noch da? Lemonys Familie? Saßen noch ein paar Bäume in den Reihen? Wollte nicht da oben sein. Wirklich nicht. Als ich vor dem Altar trat, konnte ich hinter mir Gelächter hören. Ich spürte, wie mein Gesicht heilrot errötete. Ich starrte auf die blöde Pflanze. Mein Verstand schwankte, als der Pastor anfing... Ja, also es ist immer noch ein Baum mit Gefühlen. ...Gipfe zu verkünden. Könnte ich das wirklich tun? Wenn ich das durchziehen würde, was zur Hölle würde ich als nächstes tun? Ich finde es fantastisch, by the way, dass sie den legit einfach in Smoking gesteckt haben. ...Kanzen Babys haben? Sollte ich die Pflanze für den Rest meines Lebens zu jeder Familienfeier mitbringen? Nein, du kannst dich scheiden lassen! Ich fing an zu schwitzen. Der Raum begann sich zu drehen, aber ich musste es tun. Verpflichtet. Also kniete ich nieder und ich gab der Pflanze einen Kuss. Ich wurde schon mal schlecht geküsst, aber im Ernst, ich konnte Tränen in meinen Augen spüren. Es ist ein Baum, ich weine... ...die die Leute haben, wo sie nackt im Unterricht sind. Stell dir das auf Steroiden vor. Auf der Afterparty drängten mich meine Mutter und Großmutter in die Enge. Sie sagten mir, sie seien enttäuscht. Und noch schlimmer, meine Mutter weinte. Weinte. Weißt du, wie schrecklich es ist, deine Mutter zum Weinen zu bringen? Ich fühlte mich wie der Joker und Lex Luthor und Thanos zusammen. Ich meine, die Mutter wird doch sehen, dass das Quatsch ist, oder? Dass sie das nur macht, damit sie das Geld für eine Großmutter kriegt. Ich verstehe auch nicht, warum sich die Mutter nicht für die Tochter einsetzt. ...eine Gier, die Familie in Verlegenheit gebracht hätte. Damit war sie auch schon aus der Tür. Ich meine, ich dachte, es wäre der Sexismus meiner Großmutter. Danach folgten mir die Autos nicht mehr. Ich konnte zum Supermarkt gehen. Ich konnte nackt durch mein Haus tanzen und niemand würde es sehen. Super! Ich stopfte meinen Mann in den Schrank und führte mein altes Leben weiter. Gut! Mit einem großen Unterschied. Meine Familie rief mich nicht an. Sie sprachen nicht mit mir. Weißt du, wie schlecht man sich fühlt, wenn deine Mutter deine Anrufe ignoriert? Was ist, wenn deine Großmutter deine Anrufe ignoriert? Weißt du nicht, meine Großmutter ist tot. Ich kann mir vorstellen... Also ich habe vorher nie viel mit meiner Großmutter telefoniert. Aber auch mit meiner anderen, die lebt noch. Mit der telefoniere ich auch nicht viel. Kann ich mir nicht vorstellen, nein. Was zum alles in der Welt war so wichtig, dass sie nicht mit mir reden konnten. Jedes Mal, wenn ich die Hand ausstreckte, wurde ich abgewiesen. Wenn ich jemals wieder mit meiner Familie sprechen wollte, wurde mir klar, dass ich meine 5 Milliardenste undenkbare Sache in diesem Monat tun musste. Ich musste meinen Mann töten. Ich muss... Ja, natürlich. Das ist die einzig lose... Also selbstverständlich ist das die einzig logische Konsequenz. Scheiden lassen? Nein, sowas gibt es hier nicht. Ich musste meinen Mann, den Limonenbaum, töten machen. Ich musste es inszenieren und es wie ein Unfall aussehen lassen. Ich meine, ich würde keine Gummihandschuhe und Bleichmittel brauchen. Ich fühlte mich, als wäre ich auf einer geheimen Mission. Als wäre ich eine klanzenfütender Spion oder Killer. Nein, bist du nicht. Du bist einfach stupid. Es tut mir nicht mehr leid. Was ist denn hier los? ...Alarm bin. Also nahm ich Lemony mit zu einem Spaziergang zum Haus meiner Großmutter. Ich hielt ihn ein letztes Mal in meinen Arm. Mein Mann. Warum? Mein verlaubter, berinneter, baumiger, nicht kallischer Mann. Es macht mich mit. Als ich im Haus meiner Großmutter ankam, klingelte ich an der Tür. Alles bewegte sich in Zeitlupe. Und sie ist einfach nur so, sie kommt mit ihrem Mann da an. Und sie nimmt den halt auch immer mit zu Familienereignissen. Das ist eigentlich ganz cool. Als ich die Tür öffnete, krach, bumm, bang. Die Pflanze sei weg, gut und tot. Er stürzte zu Boden und stürzte auf die Straße. Und ein kommender Lastwagen überfohr ihn. Oh mein Gott, das Timing, though, mit dem Lastwagen. Well played. Ist das ein Horrorfilm für Vegetarier? Ich bin Vegetarier, ich weiß nicht, das ist jetzt mal so. War es Showtime. Ich schluchzte, als hätte ich mir den Zieh an einem Messer gestoßen. Ich machte aus meiner Wimperntusche einen Wasserfall. Du hättest Nemo im Meer meiner Tränen finden können. Ich muss sagen, es war eine Oscar-würdige Vorstellung. Wild. Meine Großmutter nahm mich in die Arme und tröstete mich. Bingo. Ich hatte es geschafft. Das war also das Ende, oder? Ehemann tot, Geld auf der Bank, Pfergerei auf dem Weg. Nein, hi, hein. Denn weißt du, was verdächtiger ist, als einen Baum zu heiraten? Den Baum umzubringen? Nicht zur Beerdigung deines Mannes zu gehen. Also hatten wir eine Beerdigung. Für den Baum. Natürlich. Ich wollte gerade sagen, ne? Ähm, gut mitgedacht. Meine Familie tröstete mich. Sie entschuldigten sich dafür, dass sie mich ausgegrenzt hatten, als ich mir die dummen Krokodilsträhnen aus den Augen wischte. Ich stand buchstäblich vor einem Sarg mit einer verfluchten Pflanze drin. Im Smoking. Es gab ein gerammtes Bild einer Pflanze neben einem Sarg, für den ich bezahlt habe. Außerdem musste ich mir ein Lied für die Beerdigung aussuchen. Ich musste eine Rede halten. Eine Rede, die etwa wie folgt lautete. Lemony war mein Partner. Meine Wurzeln, meine Zweige, mein Liebling. Wie ich schon sagte, Oskar würdig, richtig? Nach der Beerdigung fand ich meine größte Erfahrung. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin sprachlos. Es ist so konfus. Es macht gar keinen Sinn. Wieso passiert das? Es wird doch in der Realität, würde das nie passieren. Nie im Leben. Da hättest du friedlich einfach einen Kumpel von dir geheiratet. Dann hättest du gesagt, weißt du was? Es ist ein gemeinschaftlicher Deal. Und dann wäre dir da fein raus gewesen, ja? Da hättest du ein normales Leben führen können. So, sorry. Sie entschuldigte sich für alles, was passiert war. Und begrüßte mich wieder in der Familie. Jetzt, da ich wieder in mein normales Leben zurückkehrte. Ich denke, damit meinte sie, jetzt, da ich keine Psychopathin mehr war, die mit einer Pflanze verheiratet ist. Die ganze Phase meines Lebens war ein Chaos. Monatelang hatten mich die Leute beschimpft. Sie hatten mich ausgelacht. Sie hatten mich ausgegrenzt. Aber du hast es geschafft. Aber ehrlich gesagt, zum Ende raus, hat es sich definitiv gelohnt. Meiner Bäckerei geht es gut. Meine Oma ist noch ein wenig verrückt. Und ich bin eigentlich glücklich. Ich kann aber immer noch bei Gott keine Zitronen anfassen. Ich hoffe, meine Geschichte hat dir gefallen. Das ist die Moral von der Geschichte. Betrug lohnt sich. Schön, was da für Botschaften vermittelt wird. Und im Notfall, ja. Also, falls ihr schlecht verheiratet seid, einfach mal einen Mord begehen. Ja, klar. Keine Ahnung. Wenn ihr mehr echt basierende Geschichten sehen möchtet, dann verlinke ich euch hier in der Endcard noch ein paar Videos, eine ganze Playlist, um genau zu sein. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und macht's gut. Bis dann. Tschüss.